Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Andi Zockt. Wir gucken uns heute ein Brand. Neues Spiel an ist heute erschienen am 15. Oktober 2024. Nico de Rico The Magical World heißt das Ganze. Ich spiele auf der Playstation 5. Das Ganze gibt es auch auf Nintendo Switch. Aktuell nur digital erhältlich, kostet im eShop oder im Playstation Store. 29,99 Euro. Ende des Jahres soll aber eine physische Variante kommen. Zumindest auf Switch. Weiß ich nicht, ob das Ganze auch physisch auf der Playstation 5 erscheint. Ich habe mit dem Spiel geliebäugelt, seit ich davon erfahren habe und wollte es mir eigentlich auf der Switch zulegen. Weil ich einfach glaube, dass solche Plattformen irgendwie auf der Switch zu Hause sind. Und jetzt kam aber der Entwickler auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich das Spiel vorstellen möchte. Und hat mir dafür einen Code für Playstation 5 geschickt. Und das ist jetzt das Spiel, was wir uns hier anschauen. Ich kann Grafikmodus oder Qualität oder Leistung auswählen. Ich belasse das hier erstmal bei Qualität. Das war die Voreinstellung. Wird schon so passen. So Sprache, Untertitel. Ja, wir lassen das erstmal so und gehen ins Spiel rein. Man hat zwei Möglichkeiten. Man kann entweder auf Normal spielen oder auf Leicht. Das ist natürlich cool, dass das so einen Erkundungsmodus hat. Was natürlich für Einsteiger prädestiniert ist. Oder für meine Kinder zum Beispiel. Denn ich habe auch gelesen, dass es einen Zwei-Spieler-Modus gibt. Den kann ich jetzt nicht für euch testen. Ich sitze alleine vor der Konsole. Also spielen wir im Einspieler. Und dann geht es auch schon los. Ich habe gelesen, das Ganze soll an Crash-Medicals Donkey Kong erinnern. Und das Design versprüht bei mir definitiv Crash-Vibes. Und für die Musik ist David Weiss verantwortlich. Der hat den Soundtrack geschrieben. Okay, mein DualSense macht hier gerade Geräusche. Also wundert euch nicht, wenn das im Mikro ein bisschen laut wird. Musik von David Weiss ist natürlich grandios. Wer es nicht weiß, das ist ja der Komponist von den ganzen Donkey Kong-Spielen zum Beispiel. Zumindest von den 2D-Hüpfern. Oder von Snake Pass oder sowas. Aber ja, das ist definitiv jetzt das Intro. Die beiden sind Abenteurer. So mutet das zumindest an. Geschwister, Paar, keine Ahnung. Jetzt wird eine Falle ausgelöst. Cool finde ich. Ich meine, das ist immer noch ein Indie-Game. Aber cool finde ich, dass hier ein Video tatsächlich die Story einleitet. Und jetzt keine Standbildchen oder so, wie das bei anderen Indie-Games schon mal gang und gäbe ist. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Aber Sprachausgabe gibt es zumindest jetzt noch nicht. Okay. Den großen Schatz haben sie jetzt gefunden. Tragen ihn wieder zurück zum Schiff. Aber das Schiff ist erst mal nicht flugfähig, würde ich mal behaupten. Das könnte der Antagonist sein. Eine Schlange. Grafisch, zumindest was ich so vom Intro beurteilen kann, gefällt es mir ganz gut. Hat halt einen klassischen Comic-Look. Aber der ist natürlich für so eine Art Spiel auch wirklich prädestiniert. Ja, schade um die Beute. Also die beiden sind geflohen. Und jetzt... Ah, okay. Jetzt haben wir deutschen Texte gemacht. Und jetzt gibt es auch Sprachausgabe. Also, englische Sprachausgabe, deutsche Texte. Also, unser Protagonist heißt Nico. Das ist Luna. Okay. Also, wir sind auf einer Art Oberweltkarte. Ähnlich wie bei anderen Spielen, wie in einem Crash Bandicoot oder auch in einem Donkey Kong Country. Ich gehe jetzt auch mal ins erste Level rein. Schauen wir mal. Ich meine, es gibt 2D- sowie 3D-Stages. Okay. Ah. So, wir spielen also Nico. Ich kann springen. Ich kann im Sprung nach unten schlagen. Ich kann gleiten. Und ich kann rutschen. Und es gibt hier haufenweise Secrets. Und ich kann noch einen Wandsprung machen. Also vom Moveset. Jeder, der solche Art Spiele spielt, sollte sich hier eigentlich vertraut fühlen. Gegner kann ich jetzt mit diesem Slide ausschalten. Mal gucken, ob ich drauf springen kann. Jawohl. So, Truhen mit einem Stamm veröffnen. Klassisches 2D-Gameplay. Und der Soundtrack von David Weiss. Also ich finde schon, dass man das merkt. Dass das hier David Weiss ist, der für die Musik zuständig ist. Ich weiß nicht, der hat so einen ganz eigenen Stil, was die Musik angeht. Und es ist weiß zu gefallen. So, wofür auch immer diese komischen Viecher sind, die ich gerade einsammle. Aber das werden wir wahrscheinlich früh genug rausfinden. So, oh, guck mal hier. Ein Versteck wie in einem Donkey Kong. Oder Rayman. 30 Euro ist, glaube ich, ganz okay für das Spiel. Also, oh, okay. Schafe oder sowas. Schade ist natürlich immer, dass sowas nicht sofort parallel erscheint. Also sowohl auf physischer, auf Datenträger quasi und im eShop oder sowas. Weil dann könnte man sich ja quasi entscheiden, wie man es kaufen möchte. Weil so jeder, der das Spiel spielen will, aber eben keinen Download in Kauf nehmen will, muss jetzt natürlich erstmal warten, bis das Ganze physisch im Handel zu haben ist. Auf der anderen Seite können wir bei einem Indie-Game froh sein, dass wir überhaupt eine physische Variante bekommen. Also, so ist es nicht. Ich habe das Ganze jetzt wohl nicht auf Amazon oder so gesehen oder im örtlichen Mediamarkt. Denn einzig, wo ich was von der physischen Variante gesehen und gefunden habe, war bei PlayAsia. Ich weiß also nicht, ob das Ganze eher im, ey, guck mal, sammler die Sterne wie bei Donkey Kong 3. Ich weiß jetzt also nicht, ob das nur im asiatischen Raum physisch erscheint. Das ist eine Info, die ich leider nicht für euch habe. Das müsste ich eventuell bei den Entwicklern nachfragen. Und das ist natürlich die Frage, wie sich das Ganze in der Switch-Variante spielt, ne? Weil mir wurde jetzt die PlayStation 5-Variante geschickt. Keine Ahnung. Ich werde sicherlich mal in die Switch-Variante reingucken. Hatte ich eh auf dem Schirm. Und dann kann ich euch gerne hier als markierten Kommentar oder so nochmal eine Info geben, wie sich denn die Switch-Version im Vergleich zur PlayStation 5-Variante schlägt. Wie komme ich denn jetzt da ran? Ich glaube, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Hoppala. Ah, so. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Switch die Auflösung einfach ein bisschen niedriger sein wird, aber deutlich schlechter sollte es bei dem Graphen. Graphic-Stil, wie er hier anmutet, eigentlich nicht werden. Okay, ich kann also auch Gegenstände werfen. Auch das ist ähnlich wie bei einem Donkey Kong. Da ist auf jeden Fall ein Secret da oben. Da flog was rum, habe ich gerade gesehen. Zack. Gefällt mir. Was ich ein bisschen vermisse aktuell ist ein Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob man den noch lernt. Oh, guck mal, ein Tier. Also auch Reiter sind vertreten. Nein, 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 nein. Komm schon. So. Oh, komm. Zack. Also, haufenweise Schätze finden und seinen Weg aufs Schiff zurückbahnen. Das ist, glaube ich, so die Prämisse erst mal. Ich sage erst mal, weil wer weiß, was da noch so auf einen zukommt. Aber fürs Erste macht das Spiel einen recht ordentlichen Eindruck. Da habe ich jetzt die Tage ein Indie-Spiel gespielt, was mich viel, viel, viel schlimmer täuscht hat. Die Rede ist von Sky Oceans. Das habe ich mir sogar gekauft, weil ich da... Hey, guck mal, man kann jetzt direkt... Okay. Das ist nice. Das hat jetzt gerade sich einfach von einem 2D-Hüpfer an einen 3D-Hüpfer verwandelt, den man hier einfach ins Level rein rennen kann. Das ist nice. Wo war ich jetzt gerade dran? Sky Oceans. Genau, also ich habe Sky Oceans gekauft, weil ich da auch von den... Wo gehe ich jetzt lang? Von den Trailern und so weiter angetan war. Aber ich muss sagen, Sky Oceans ist eine absolute Grütze. Zumindest auf der Switch. So, findet den Schlüssel. Also die... Bonus-Stages hier sind wirklich stark angelehnt an Donkey Kong Country. Aber es gefällt. Okay. Das haben wir geschafft. Schlüssel haben wir gefunden. Jetzt geht es weiter. Die Frage ist, wie lang ist das Spiel? Welche Gegner kommen da noch? Welche Elemente werden vielleicht noch eingeführt, die das Spielerlebnis bereichern? Wie viele Tiere gibt es? Wie ist die Schwierigkeit gerade geregelt? Das sind alles so Geschichten, die ich hoffentlich im Verlauf meines Spielerlebnisses meiner Testphase herausfinden werde. Die Entwickler selber haben in ihrer E-Mail geschrieben, probiere das auf jeden Fall im Koop aus. Denn im Koop soll das Ganze nochmal ein bisschen mehr Spaß machen. Aber inwiefern das der Wahrheit entspricht, werde ich sicherlich auch nochmal mit meinen Kindern testen, wenn ich da mit denen auch eine Runde drehen werde. So. Hallo? Ah, ich gehe einfach heranspringen. Ach guck mal, auch das könnte so aus einem Donkey Kong Country Returns oder so stammen. Okay, das war das erste Level. Schlüssel gefunden, Kristall gefunden, die Buchstaben gefunden. Diese Lumps nenne ich sie jetzt mal, weil sie mich ein bisschen an Rayman erinnern. habe ich jetzt auch gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren oder nicht. Aber das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Okay, spielen wir ein bisschen weiter. Erster Eindruck ist schon mal sehr, sehr positiv. Zweites Level. Auch die Idee, dass man von 2D direkt in 3D übergehen kann, ohne Bruch durch eine Ladezeit oder sowas, finde ich schon richtig nice. Dückische Höhlen. Das ist genau mein Spiel. Auf sowas stehe ich ja total. Und guck mal, die Wettereffekte. Regen. Wie bei Donkey Kong Country auf dem SDS, wo das zweite Level dann auch so im Regen spielt. Richtig, richtig geil. Also die Entwickler haben ihre Hausaufgabe sicherlich definitiv gemacht. Das muss ich nochmal neu starten, bitte. Da möchte ich bitte diese Lumps da oben mitnehmen. So, und auf der Playstation 5 hätte ich gesagt, sind die leider Zeiten noch ein bisschen flotter, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich meine, immer noch ein paar Sekunden tun nicht weh. Das wäre auch mal interessant zu erfahren, wie sich das mit der Switch verhält. Hier ist auch noch ein bisschen was. Also es lohnt sich immer wieder zurück zu gehen. Und hier sind auch noch Kanonen, die einen wieder hoch schießen. Also es hat mehr was von einem Donkey Kong, würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen, als von einem Crash Bandicoot. Und das ist durchaus nichts Schlechtes. So, und schon müssen wir wieder in die Höhle rein und transferieren quasi von Ah, okay, die muss man heben. Von 2 in 3D. Also die Frage ist, was mache ich hiermit? Was habe ich sie weggeworfen? Ups. Scheiße. Vielleicht hätte ich die Biene damit abschießen müssen. Egal. Gehen wir mal weiter. Boah, die Idee einfach so ein Spiel zu kreieren, was einfach beide Arten, sowohl 2 als auch 3D so ja, ohne Bruch unterstützt, ist einfach nur geil. Habe ich so bisher auch noch nie gesehen, in dem Genre. Und zeig es euch wieder in 2D unterwegs. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, komm, heb dich. Danke. Halte X gedrückt, um höher zu springen. Okay. Je höher ich, oder je stärker ich drücke, umso weiter springt er. Aber auch dieser Wandsprung macht einiges her. muss ich hier gucken, dass ich den Gegner erledige. Hoppala. Ich würde gerne da oben hochkommen. Jawoll. So, da ist das N. Da ist erstmal nichts. Drücke während wir springen jetzt auf X und zu geleiten. Hier nehme ich mir erstmal die Kisten mit. Was mir so ein bisschen fehlt, oder habe ich einfach den Button noch nicht gefunden, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Angriff. Ja, man kann hier auf Quadrat so sliden, aber mir fehlt so ein bisschen dieser Nahkampf, irgendwie, dass der mit den Fäusten schlägt oder sich wie so ein Crash Spendigo dreht oder so. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber gut, Sliden geht hier im Grunde auch. Obala, okay, das ist zwar ein bisschen dumm, hallo? Da habe ich jetzt einen kassiert, oh nein, und wieder runter gefallen, auch Leute. Also ein Doppelsprung wäre cool gewesen, ganz klassischer Doppelsprung, der gehört meines Artens in so einen Spendigo rein, so Standard Repertoire, das der Held beherrschen müsste, aber das ist nur meine bescheidene Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gehört für euch so ein Doppelsprung in so ein Spiel rein, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wir quatschen darüber, ich finde schon, da ist links definitiv ein Geheimnis und voll versenkt, mit einem Stampfer ins Verderben gestürzt, also an diesen Sprung, an diese Sprung Mechanik, dass man X drücken muss, um weiter zu springen, muss ich mich erst mal noch dran gewöhnen, wenn ich ehrlich bin, so hier muss ich bestimmt rein, jawohl, so, zerstöre sie alle, okay, nehmen wir uns das Ding mal mit, seht ihr was ich meine, voll runter gesegelt, jetzt ist die Frage, kann ich da noch mal rein, das sieht so aus, jawohl, okay, zack, das war der erste, das war der zweite, der dritte, und kurz vorher abgestürzt, das kann doch nicht wahr sein, okay, gehe ich nochmal rein, allzu viel möchte ich ehrlich gesagt auch nicht anspielen, ich will euch auch nicht zu viel verraten von dem Spiel, mein Gott, okay, also in die Scheren der Krabbe sollte man nicht reinspringen, auch wieder was gelernt, ja, ich glaube, das schneide ich raus, kann doch nicht wahr sein, komm, zack, voll, dass der sich abstützt, das nervt, wieso kann er sich nicht hochziehen, wie alle anderen Japan Run Helden da draußen also ich bleib dabei, hätte lieber einen Doppelsprung gehabt, als die Mechanik mit dem Fester auf X drücken, vielleicht und hoffentlich wird das per Patch nachgereicht, denn das ist schon ist schon ein nervig, da sind da sind dann so sprung Passagen, die leichter Frust ausraten können, wenn man hier einfach nicht zum gewünschten Ergebnis kommt, oder ich bin einfach nur zu schlecht und habe hier andere Ansprüche, ich weiß auch nicht na geht doch so Schlüssel bekommen Biene Aua Okay, das war ein getarnter Feind als Schatztruhe Okay, da muss ich jetzt Okay, ich muss wahrscheinlich Wandsprung machen und dann zack Jawohl, dann hier rein So, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch noch ein abschließendes Review interessieren würde, denn ich habe wirklich Bock auf das Spiel und werde es jetzt sicherlich mal in Angriff nehmen und versuchen mal rauszufinden, wie lang das Ganze ist und mit wie viel Spielspaß man hier rechnen darf. Dann kann ich euch gerne mal hier auf dem Zweitkanal ein kurzes Review Fazit geben und ich spiele immer noch mit dem Gedanken mir das Spiel auch auf der Switch zu gönnen. A, um den Entwickler zu supporten und B, weil ich einfach solche Art Spiele auf der Switch viel, viel lieber spiele mit mit meinen Kids weil es einfach bequemer ist und Spaß macht es. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Da hätte ich jetzt auf den Vogel springen und dann oben wieder greifen müssen. Das habe ich jetzt verkackt. Egal, gehen wir weiter. So, guck mal hier. Zack. Ich kann mir vorstellen, dass das für meine Kids eventuell ein bisschen zu anspruchsvoll werden könnte. So, aber das wird dann auch der Test zeigen. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. Na, und ich mag das nicht, wenn man sich irgendwo zwar herunterhängen kann, aber die Figur sich dann quasi nicht hochzieht und anstatt dessen einfach abspringt und gegenüber irgendwo hinspringen will. Das nervt auf Dauer. Da hätte ich mir lieber so einen Move gewünscht, wo man sich einfach als Figur hochziehen könnte. Also geradeaus hochziehen, anstatt jetzt irgendwie gegenüber irgendwo hinspringen zu wollen. Auch das sicherlich etwas, an das man sich gewöhnen muss. Und auch hier werde ich sicherlich jetzt mal das Ding hoch schieben können. Und dann ist hier auch der Kristall. Also spielerisch gefällt es mir immer noch sehr gut. Ich bleibe dabei, Steuerung ist aber tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich liebe das, dass man einfach so stufenlos von 2 auf 3D übergehen kann. das ist halt richtig geil. Das ist somit aktuell das beste Element im Spiel, was mir so gefällt. Da oben ist auf jeden Fall eine Zahl. Ich weiß aber nicht, wie ich da hochkommen soll. Oder habe ich mich erst verguckt? Wartet mal. Doch, da oben ist was. Drücke, um gegen da zu fressen. Ah, guck mal, neues Tierchen. Lustig. Hi, Dinosaurier. Der Gegner fressen und als Munition wieder ausspucken kann. Na, wo haben wir das schon mal gesehen? Na, wo haben wir das schon mal gesehen? Zack. Das sieht aus, ja, als wäre hier was und das war tatsächlich ein kleiner Geheimraum. Ich mag das ja, wenn so Spiele einfach mit so ein paar kleinen Geheimräumen aufwarten können. Das macht es dann noch mal spannender, die ganzen Areale zu erkunden und einfach alles vom Spiel sehen zu wollen. So, müssten wir eigentlich zurückgehen können. Jawohl, da ist das O. Und auch die Spielumgebung gefallen mir rein optisch wirklich gut. Nicht nur, was die reine Grafik angeht, aber ich finde, so ein Spiel lebt auch von einem guten Art-Style und das hat das Spiel hier definitiv. So, und da ist auch schon das Level Ende. Also die Zahlen habe ich alle gefunden. Den Kristall habe ich gefunden. Ein paar Lumps habe ich glaube ich übersehen, aber an sich kann ich ganz zufrieden sein. Den zweiten Schlüssel habe ich nicht bekommen. Okay, also man könnte jetzt hier wieder reingehen und gucken, dass man jetzt einen Schlüssel bekommt, wobei ich aktuell noch nicht weiß, wofür die Schlüssel gut sind. Aber ja, das war jetzt Level 2. Gehen wir nochmal in das dritte rein, einfach weil ich gerade Bock drauf habe. Dann sollte das eigentlich ausreichen, um euch einen kleinen Einblick Nico Derrico zu geben. Neuer Charakter Affinariva sehe ich richtig ein paar Mangusten. Meine lieben Freunde, willkommen in der besten Werkstatt der Insel. Okay. Die Frage ist, was kriegen wir denn hier? Ja, genau, was hast du denn im Angebot? Tränke und verzichtbare Haustiere für die Reise, sogar echte Schatzkarten, ist klar. Okay, dann schauen wir mal. Wie komme ich denn da rein? Kann ich einfach reingehen? Ich gehe einfach mal rein. Turm Eulen Fälle aber es ist nicht die Werkstatt, sondern das nächste Level. Ach, guck mal, ich kann die per Auswahl Bildschirm beschwören. das mache ich jetzt erst mal nicht, sondern werde erst mal weitermachen, vielleicht brauche ich es hier gleich noch, aber aktuell komme ich auch ohne Haustier, klar. Dieses Level Design in 3D hat, wie ich finde, so ein bisschen was von einem Crush Bandicoot. Also es ist tatsächlich so, Crash meets Donkey Kong und das ist eine Kombi, die ich persönlich richtig, richtig geil finde. Vor allem als Jump & Run Fan. So, ist hier was? Jawohl. Und wie ihr seht, das lohnt sich immer mal wieder zurück zu gehen, zu gucken, kann man da hoch springen oder nicht, denn hier hat man ein Geheimnis entdeckt. Sammle die Sterne. Ohje, da kann man sicherlich schon unterfallen. So, der Soundtrack von David Wise ist nett bis dato, also man erkennt schon, dass es sein Stil ist, aber aktuell, gut, ich spiele jetzt natürlich nicht allzu lange, nur die ersten paar Minuten, aber aktuell vermisse ich einfach so diese krassen Ohrwürmer, die man so in der Vergangenheit bei Donkey Kong Country, Tropical Freeze oder sowas hatte, aber vielleicht, nein, vielleicht kommt es ja noch, oh shit, jetzt habe ich das Ende einfach vergessen, ich bin gewillt neu zu starten, egal. Ihr Lieben, das ist Nico Derico, heute erschienen auf Playstation 5 und Switch, schaut es euch gerne mal an, ich lasse einen Link in der Videobeschreibung da, wo ihr euch ein bisschen mehr über das Spiel informieren könnt, wenn ihr auf Japan Runs steht, glaube ich, ist das ein durchaus guter Titel, ich habe mir jetzt nicht angeschaut, welche Wertungen er erhalten hat, welche Durchschnittswertungen wir hier bekommen haben, aber von dem, was ich jetzt bis dato gespielt habe, die ersten drei Bereiche, glaube ich, ist das so ein Titel, mit dem Japan Run-Fans ihre helle Freude haben werden, ich werde definitiv weiterspielen und mir sicherlich auch mal die Switch Variante angucken und wenn ich dann einen Vergleich habe, rein optisch, grafisch, von der Performance her, dann werde ich mich entscheiden, ob ich am Jahresende mir die physische Variante auf der PS5 hole, wenn es denn eine gibt oder eben vielleicht doch zum Switch Modul greife, weil ich dann hier eben das Ganze für die Sammlung auch noch mal haben möchte und somit auch natürlich die Entwickler supporten kann. Aber ja, mich würde jetzt interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Hattet ihr das auf dem Schirm oder seht ihr das hier gerade bei mir zum ersten Mal schreibt mir das gerne in die Kommentare und verquatschen ein bisschen darüber. Ich bin für den Moment erstmal weg. Schreibt mir auch gerne, wenn euch ein Review zu dem Spiel interessiert, um einfach mein abschließendes Fazit zu bekommen, dann schaue ich, dass ich da auch was für euch zur Verfügung stelle. Aber ja, ich bin erst mal vom Anspielen ganz angefixt und freue mich definitiv auf mehr von Nico Derrico. So, ihr Lieben, mit diesen Bildern hier verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal auf Andi Zockt. Adios, Tschüss, euer Andi.